Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Michelle Dee. Ich bin zertifizierte Kartenlegerin, aber auch Sängerin und Gesangs- und Klavierlehrerin. Auf meinem Kanal findest du ganz viel auch kreativen Content, auch Monatsorakel, die ganz allgemein sind. Ihr kennt die Orakel, ne? Und ich mache auch einfach mal solche Spontanorakel zwischendurch, auch zu verschiedenen Themen, die mich gerade beschäftigen oder die Kunden oder beziehungsweise Kundinnen beschäftigt haben. Und wo ich so denke, vielleicht ist das mal ein Thema, was man nochmal aufgreifen kann. Also zu Themen wie Wunschpartner, Dualseele und so haben wir wirklich ganz, ganz viel im Netz. Ganz gerne mache ich auch mal zwischendurch auch einen Orakel zum Beispiel über den Geldfluss oder übers Berufliche im Allgemeinen. Und das ist jetzt einfach mal ein Anti-Aging-Beauty-Orakel, Schrägstrich, wie komme ich aus der Nummer raus? Ja, und jetzt ist natürlich die große Preisfrage. Es gibt ja so allerhand, was man machen kann, ne? Okay, ich würde jetzt ganz gerne, weil was mich inspiriert hat, ist zum Beispiel auch ein Orakel, was ich nämlich mal gemacht habe. Und das war nämlich eine gebuchte Kundenlegung von einer Kundin, die mich gefragt hat. Und ja, man kann ja zu allen Themen die Karten befragen. Man kann auch tendenziell zu Beruf die Karten befragen, zu Liebe, zu Pipapo. Und sie wollte halt wissen, wie ist denn das, wenn ich jetzt in der und der Klinik da mir die Brüste vergrößern lasse. Und ich finde das Thema jetzt auch mal gar nicht unwichtig, weil das ist ja jetzt auch nichts, was niemand macht. Ja, die Frage ist halt nur, wie sinnvoll ist das? Natürlich, es gibt halt schon die Meinung, dass alles, was künstlich ist, irgendwo und irgendwie ein bisschen schlecht ist irgendwo. Also ich meine, künstlich ist künstlich, Natur ist Natur. Also künstlich, gut, es ist aber halt einfach. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch schon wieder so. Es gibt eben Frauen, die sind absolut unzufrieden mit etwas, was sie jahrelang da haben oder sie beschäftigt und so weiter. Und wir sind nicht hier, um zu urteilen, sondern um einfach mal zu gucken, was sagt denn das Universum dazu? Jetzt einfach mal ganz wertfrei, okay? Und dann möchte ich ganz gerne eine Gegenüberstellung machen, wirklich konventionelle. Also ich mache es mit meinem Orakel, eine Gegenüberstellung von konventionellen Schönheitssachen, die man machen kann. Und konventionelle, damit meine ich wirklich unters Messer. Damit meine ich Botox, ja, das ist ja auch sowas ganz in aller Munde. Meine ich auch so chirurgische Sachen eben, halt ganz im Allgemeinen. Ja, also es geht auf jeden Fall darum und auch zum Beispiel wirklich OPs. So ganz, ganz, ganz klassisch, konventionell. Und die Gegenüberstellung, also einmal zwischen den Sachen, die ich gerade genannt habe, und zwischen ganz natürlichen Sachen. Das bedeutet, keine chemischen Antifaltencremes, sondern zum Beispiel sowas wie Rizinusöl oder wirklich so die Bioschiene plus gesunde Ernährung. Und damit meine ich nicht unbedingt die Sachen aus dem Supermarkt, ganz konventionell, sondern zum Beispiel wirklich so selber anbauen. Oder halt wirklich so, also versteht ihr, was ich meine? So natürlich wie möglich leben und so wenig wie möglich Pestizide und Genmanipulation in sich reinzufressen. Jetzt sage ich mal auf Deutsch, ganz klar. Weil diese ganze Genmanipulation, also es wird ja hinter vorgehaltener Hand ja auch schon gemunkelt, dass das ja eigentlich auch schon irgendwie bei uns in der Ernährung ja eigentlich auch schon längst stattfindet. Ja, auch wenn da viel irgendwie rumgeschrien wird eigentlich. Aber schlussendlich, also wir wissen ja schlussendlich auch sowieso nicht, es gibt auch Zusatzstoffe in den Lebensmitteln, die gar nicht so aufgelistet sind. Also mal angenommen, du sagst jetzt, okay, ich gehe jetzt voll den natürlichen Weg. Ich bin jetzt auch schon über 30. Ich persönlich bin 36 und überlege mir jetzt, was soll ich machen? Ganz ehrlich, weil ich habe ja noch ein paar Jahre zu leben. Ein paar, viele Jahre. Es gibt Kulturen und Völker, die werden 130 auf irgendwelchen Inseln. Hast du nicht gesehen. So, die Frage ist einmal so, einmal dieses ganze Ding mit so Natürlichkeit. Also das heißt wirklich zum Beispiel aus Permakultur Lebensmittel holen. Ja, sich da vielleicht zusammentun mit Leuten. Dann aufs Gesicht mehr solche Sachen wie so Rizinusöl drauf machen. Sich aus dem asiatischen Raum da mal Anregungen holen. Zum Beispiel Schröpfen, zum Beispiel Gesichts-Yoga. Ja, Disziplin, gute Ernährung und Sport und zum Beispiel Yoga und solche Geschichten. Das wäre einmal die natürliche Ecke. Dann haben wir das andere und zwar, ja, hier kannst du auch mal Sport machen. Da machen auch viele ganz, ganz viel Sport. Aber ich, naja, ich mache das, ich meine, ist ein bisschen ironisch. Aber halt, weißt du, wie ich meine, halt hier auch noch so das Konventionelle zum Beispiel jetzt so machen. Was ist besser, was ist schlechter? Was sagt denn das Tarot dazu? Und das finde ich jetzt auch spannend, auch mal solche Sachen zu fragen, okay? Fangen wir mal an. Langes Quatschen, kurzer Sinn. Ich lege dich jetzt ins Off. Denn ich mische gerne, gerne, gerne spontan. Und jetzt möchte ich gerne einfach zwei Kartenbilder haben. Und zwar das eine Kartenbild. Wir machen jetzt wirklich, machen wir einfach mal Botox versus Schröpfen und diese Bürstenmassagen. Ja, also einfach und Gesichts-Yoga. Also alles, was so natürlich fürs Gesicht ist. Wir nehmen jetzt einfach mal Gesichts-Yoga. Genau, das machen wir. Gesichts-Yoga gegen Botox. Der Kampf ist, das Feuer ist eröffnet. Ja? Okay. Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz mich hier sortieren. Entschuldigung. Gesichts-Yoga. Ja, da liegt schon mal das gebrochene Herz. Naja, gut. Neben dem Sieg, immerhin. Okay. Ja. Also was das gebrochene Herz da jetzt zu sagen hat, kann ich dir nicht unbedingt sagen. Weil es passt gar nicht zu den anderen Karten. Die anderen Karten sind eigentlich so ganz gut. Also zwischenzeitlich kann man damit sehr gute Ergebnisse machen. Aber nur, wenn man das wirklich, wirklich regelmäßig über den Rest seines Lebens macht. Das erfordert natürlich Disziplin und Zeitaufwand. Wenn man es dann lässt, dann ist es auch nicht mehr so toll, okay? Das ist auf jeden Fall das, was ich hier sehe. Ja. Okay. So, und jetzt machen wir mal Botox. Ja, da haben wir schon mal so ein bisschen, also auf jeden Fall ist es so eine Karte, die eigentlich nichts Gutes verheißt. Das ist so der Zusammenbruch von irgendetwas. Das ist so Versklavung und Opferung. Und zwar andauernd dieses, es ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht, mir kommt das so vor, weil man sagt ja, das ist ja nichts, was man so einmal macht. Sondern man fängt damit an und muss es dann auch wie durchziehen, weil sich sonst das Gesicht auch irgendwie verändert. Also das ist so die Information, die mir da auch noch reingekommen ist, nehme ich mal so, zwischendurch. Und es sind ja laufende Kosten. Laufende Kosten und man, ja, man ist da so drin, in dieser Spirale auf jeden Fall. Und halt auf jeden Fall so eine gewisse kühle Ausstrahlung, Ratio, kühle. Also da sehe ich eigentlich, das ist einfach so die Atmosphäre von den ganzen Karten, ist eigentlich mehr so eine Opferhaltung und eine bestimmte. Und das Ass der Schwerter passt mir auch zu dieser Leblosigkeit im Gesicht, wenn ihr wisst, was ich meine. Natürlich, jeder sagt auch so, hey, es kommt auch immer, die Dosis macht auch das Gift. Und vor allen Dingen, wenn es jemand wirklich gut kann, dann ist es auch, dann sollte es ja auch halb so wild sein. Aber gut, wir fragen ja jetzt das Tarot und überhaupt gar nicht die Information, die wir darüber haben. Ja, kannst mal sehen, wieso sind denn jetzt hier an der gleichen Stelle Männer? Was haben Männer da zu suchen? Ich meine, hier kann man es verstehen, das kann ein Chirurg sein. Guck doch mal, der hat doch auch ein Schwert in der Hand. Also, ja. Leute, wir können es drehen und wenden, wie wir es wollen. Die Zeit zurückdrehen wird weder dieses Gesichts-Yoga machen, noch wirklich Botox. Ja. Also, sorry, dass ich euch das jetzt hier nicht anders sagen kann und so. Ich finde das Orakel auch lustig, weil das ist ja auch etwas, was ja sich viele Frauen überlegen. Und wir haben ja hier überwiegend Frauen auf dem YouTube-Kanal. Das ist einfach so. Also, die Meistkonsumentinnen sind halt auf jeden Fall Frauen. Und es ist ja wohl mal auch ein Frauenthema, ob wir uns da jetzt irgendwie darüber aufregen oder nicht. Es ist irgendwie so. So, mal gucken, was ich da noch so sehe. Also, beide Stapel sagen mir, meine Lieben, dass es auf Dauer eh alles irgendwie für die Füße ist, irgendwie so. Aber wir haben ja wirklich nur gesagt, dieses Lach-Yoga und Botox. So, und jetzt machen wir hier die Ernährung jetzt noch dazu. Schau, jetzt machen wir hier das Yoga, dieses Gesichts-Yoga. Das ist nochmal anders als Gesichts-Gymnastik. Aber es gibt so Gesichts-Yoga. Ja, sagen wir mal irgendwie eine Viertelstunde am Tag. Zehn Minuten, Viertelstunde am Tag dieses Gesichts-Yoga und ein bisschen Schröpfen. So, ja. Das war der Stapel. Und das ist jetzt hier so konventionell mit Botox. Und jetzt machen wir mal dieses Gesichts-Yoga mit so richtig gesunder Ernährung. Aber nicht einfach nur aus dem Supermarkt, sondern so das voll übertreiben mit diesem ganzen Bio-Zeug. Und hier machen wir genau dasselbe, ja. Also beides so, vielleicht so irgendeine Permakultur oder irgendwie so. Ich lege euch wieder ins Off. Und da entschließe ich mich jetzt mal nämlich, nur so eine Zeile mal zu legen. Also mir scheint es fast so, weil das Interessante ist, hier haben wir nämlich die Neun der Stäbe und hier haben wir die Königin der Schwerter. Also beides zeigt mir eigentlich, dass wir vielleicht mit den Jahren auch eher sowieso von Mutter Natur aus vielleicht eher sogar den Hang haben, uns ein bisschen zurückzuziehen von der Welt eigentlich. Und gar nicht mehr so die Leute, nicht so viele Leute an uns heranzulassen oder ein bisschen weniger oder einfach nicht, vielleicht unter Umständen auch nicht ganz so offen zu sein für Liebe vielleicht oder auch für Intimitäten oder so. Ich weiß auch nicht, weil das sind einfach solche Karten, die dann doch auch so von so einer Distanz sprechen. Das könnte es für manche bedeuten. Dann haben wir hier nämlich... Und das sind halt einfach sehr, sehr widersprüchliche Karten hier. Warte mal, jetzt muss ich mal hier ein bisschen mich sammeln. So, meine Lieben. Und ich sage euch einfach mal ganz klar, der Weg mit diesem Lach-Yoga, auch wenn wir den Alterungsprozess natürlich nicht ganz stoppen können. Und das auch... Aber wenn ihr jetzt seht, hier die beiden Karten, das ist eine Karte, wo man nicht weiterkommt und blockiert ist. Ja. Das ist eine Karte, wo man auch irgendwie nur so... Ja, die sagt, es geht schon voran, aber halt auch nicht unbedingt ohne Hintergedanken oder auch nicht ohne Lampenfieber. Ja, also da geht es wirklich auch ganz langsam voran. Da stockt es. Und hier ist es auch so ähnlich. Okay. Das heißt also, auf lange Sicht werden wir eh altern. Das ist einfach so das, was mir die Karten sagen. Aber mit diesem natürlichen Zeug sind wir wirklich mittelfristig auf der viel, viel besseren Schiene. Auf jeden Fall hat dieses Anti-Aging-Vorhaben, das ist sowieso direkt schon mit den drei der Schwertern hier, geht es los. Also das heißt, man kann es eigentlich auch im Grunde genommen auch einfach sein lassen. Alles, ja. Also man kann es eh nicht aufhalten. Ich meine, ich finde das Orakel lustig und ich hoffe, du auch, ja. Aber ich sehe halt, auf mittlerer Strecke ist das hier viel, viel cooler und viel besser und viel lebendiger. Und wirklich, also deine Persönlichkeit kommt voll zum Vorschein hier durch den gesunden Lach-Yoga-Gesichts-Yoga-Weg jetzt. So halt, ja. Ja, und hier ist es einfach nur kühler und irgendwie mit viel mehr Kosten verbunden auf jeden Fall. Ja, das ist halt das, was ich daraus sehe. Und hier haben wir auch noch die Königin der Münzen am Ende und hier haben wir die Königin der Schwerter. Die Königin der Schwerter ist weitaus, die ist weitaus unabhängiger als die Königin der Münzen, weil die Königin der Münzen, die drückt andauernd die Kohle ab und die Königin der Schwerter nämlich nicht. Okay. Ja, und hier der Magier-Initiativ und so. Ach, weiß doch, der Kuckuck. Ich meine, man kann es eh nicht stoppen, ja. Also das ist einfach teurer als das so. Ganz einfach eigentlich. So, jetzt würde ich ganz gerne wissen, das war mit gesunder Ernährung und diesem Yoga, Gesichts-Yoga. Und das ist jetzt hier Botox und auch dieses ganze Gesundheit. Hast du nicht gesehen. Und jetzt mache ich nochmal zum Thema gesunder Ernährung jetzt aus dem Supermarkt von mir aus. Sagen wir mal überwiegend Bio. Überwiegend Bio machen wir jetzt überwiegend Bio. Und manche Sachen machen wir nicht Bio, ja. Kommt drauf an. Vielleicht irgendwie Obst und Gemüse, wo eine Schale ist und wir die Schale abmachen, kaufen wir jetzt nicht Bio, okay. Und jetzt können wir mal ganz kurz gucken, was das dann ist. Oh, wir haben die Fünf der Schwerter. Also das heißt, wir werden mächtig verarscht von der ganzen Food-Industrie. Wahrscheinlich ist das ganze Gen-Manipulationstück sowieso mehr im Aufmarsch, wie wir eigentlich so denken. Und wir müssen halt immer mehr was tun gegen, also für unsere Gesundheit. Immer, immer mehr wirklich selber was tun, selbst aktiv werden. Und dann kommen wir immer wieder auch, ja, kommen wir auch immer wieder an unser Ziel. Aber wir müssen auf jeden Fall immer selber etwas tun und Verantwortung übernehmen, damit wir hier überhaupt, ja, unsere Anhöhe auch erreichen können. Und ich glaube fast schon, also mit konventioneller Ernährung geht das schon gar nicht mehr so gut. Und also da sind wirklich solche Sachen wie Nahrungsergänzungsmittel, die einfach von guter Qualität sind, eigentlich unabdingbar, um das mitzumachen. Ich habe da zum Beispiel auch was ganz Cooles, das kannst du in der Infobox sehen. Ja, also jetzt zum Thema Ernährung, also so richtig das Gelbe vom Ei ist es einfach nicht. Und jetzt nochmal wirklich, wenn wir selber so anbauen, Unklarheiten, viel Arbeit, ja. Naja, es ist halt fraglich in unserer heutigen Welt. Es kann auch gut sein, dass das Saatgut jetzt auch schon irgendwie, man kein sauberes Saatgut mehr so richtig bekommt. Kein Mensch mehr weiß, wie man das am besten irgendwie anstellen soll. Und eigentlich auch vielleicht die wenigsten Leute Zeit haben, um sowas wirklich zu machen. Schlussendlich, wir müssen das annehmen, was halt gerade da ist, ne. Ja gut, das war jetzt erstmal das. Okay, ich setze euch ins Off. Und jetzt, meine Lieben, möchte ich ganz gerne einfach mal beleuchten, wie ist denn Yoga für den Körper nochmal, was sagt das Tarot, was sagt die geistige Welt, zu Yoga-Übungen für den Körper versus Muskeltraining, ja. Also so Muscle-Pump-Kurse oder einfach trainieren im Fitnessstudio an Geräten und wirklich die Muskulatur trainieren. Mal gucken, wir können ja mal zwei Sachen machen. Wir machen jetzt mal nur Yoga für den Körper und dann machen wir, ich mache jetzt einfach eine Legung. Also das eine sind vier Karten Yoga für den Körper, das nächste ist Muskel-Ding. Ja, sämtliches Muskel-Aufbautraining, wie stehst du also an Geräten, wie ich gerade gesagt habe, oder diese Muscle-Pump-Kurse im Studio. Und dann machen wir eine Kombination aus beiden, okay. Und zwar dann, wenn du fit und dich gut fühlst, ja, aber eigentlich gehört ja auch noch dieses Ausdauertraining dazu. Okay, meine Lieben, wir machen es so, wir machen jetzt hier, weil Ausdauertraining ist, glaube ich, wirklich sowas, das brauchen wir auch. Ja, mal durch den Wald laufen, das ist ja auch Natur und so. So, wir machen jetzt hier ganz klar, ich definiere es nochmal neu, Ausdauertraining plus Yoga und hier wirklich dieses Muskel-Aufbautraining und sowas mit Ausdauer. Aber ich glaube, Ausdauer ist irgendwie sowas, das müssen wir eigentlich auch, was heißt müssen, müssen nix, ja. Was auf jeden Fall muss, ist ab und zu auch mal irgendwie eine gute Taft Schokolade essen, auch wenn du dafür drei Wochen brauchst. Yoga. Also eigentlich ist es nicht so toll, was mir hier die Karten sagen, was ist denn so richtig, also mit Ausdauer ist jetzt Yoga. Und jetzt ist es halt richtig, so diese ganzen Muskeltrainingsgeschichten, ja, das sieht schon viel, viel besser aus. Ja gut, wer halt irgendwie Männer ins Leben ziehen will, der kann das hier König der Schwerter haben, den haben wir schon mal, ja. Ja, ansonsten, ja, das ist hier das Ast der Münzen, das ist auf jeden Fall Vitalität und das ist auf jeden Fall eine ganz gute Art, um halt irgendwie etwas aufzubauen. Man muss halt immer am Ball bleiben und weitermachen und vor allen Dingen gibt es einem auch ein Gefühl von Lebendigkeit hier. Und ich würde sagen, auf jeden Fall, das ist hier ein Grund zum Feiern, ja, also die Tendenz sieht mir besser aus. Allerdings kann es sein, dass es für viele auch sehr, sehr anstrengend ist, das über Jahre zu machen auch, ja. Also das bedeutet, Regenerationsphasen braucht es hier halt auch. Und hier Yoga mit Ausdauer, das ist jetzt alles mit Ausdauer, gell, das mit Ausdauer und Yoga mit Ausdauer. Ja. Also Yoga bringt auf jeden Fall verschiedene Komponenten zusammen und löst auch viele mentale Blockaden und auch vieles Energetische auch auf. Aber man öffnet sich auch sehr beim Yoga und ich glaube, es ist auch so ein bisschen schwierig. Es gibt ja so dieses ganz meditative Yoga, wo wirklich viel Pranayama ist, also viele Atemübungen und so weiter. Und da kann man aber die Chakren auch zu übertrieben öffnen, dass es auch einem auch nicht dient. Wobei auch negative Sachen dienen einem ja auch dem Wachstum, wenn man das wirklich ganz spirituell betrachtet. Aber die meisten Leute wollen doch eher den Status quo behalten. Also wenn man auf einem richtig krassen spirituellen Weg ist und das auch annimmt, dass es auch mal irgendwie, ja, dass es auch mal dunkle Wege gibt zu beschreiten, für den ist Yoga auf jeden Fall eine ganz tolle Reise voller Abenteuer. Aber hier haben wir auf jeden Fall einen Stillstand auch, ja, Opferdasein, ja, Königin der Münzen und auch so ein Auf und Ab in den Energien. Ja. Ich finde, das hält sich ungefähr gleich, muss ich sagen. Ich finde, das hält sich ungefähr gleich. Ein bisschen besser ist die Tendenz hier. Ja, ich muss sagen, mir geht es zum Beispiel, und was ist, wenn man zum Beispiel so ein meditatives Yoga macht? Also gar nicht so sportmäßig, sondern wirklich so ganz, wirklich langsam mit vielen Atemübungen. Das als Meditation nimmt in der Kerze, wirklich fünf Minuten drin bleibt. Also dieses, hm, interessant ist, dass hier irgendwie die Tendenzen nicht so gut sind. Komisch, es fühlt sich, was habe ich gesagt, es fühlt sich wie Wellness an. Aber ich glaube, bei so Sachen kann man zu sehr, kann man die Chakren zu weit öffnen. Mir ist das schon mal passiert und es hat mich auch mal, auch in eine Lebensphase gebracht, die nicht positiv war. Komisch, also das Tarot sagt mir eigentlich, das könnte sogar ein irgendwie, es ist eigentlich nicht so gut, wie es scheint. Also richtiges Ausdauertraining mit wirklich Gewichten heben und so weiter ist hier wirklich die beste Alternative. Man glaubt es nicht, ja, obwohl Yoga jetzt hier so völlig irgendwie gehypt wird auch. Was ist denn mit Gesichts-Yoga? Ey, nicht Gesichts-Yoga, diesem Gesichts-Gymnastik. Das ist nochmal was anderes als Gesichts-Yoga, habe ich mir jetzt sagen lassen. Na ja. Es ist halt alles so durchwachsen, Leute, ja. Also irgendwie die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Da kann ich noch bis morgen früh hier leben. Ja. Ja, so richtig zufrieden ist man davon dann auch wieder nicht. Man denkt irgendwie, dass es vielleicht alles zu lang dauert. Okay, ich lege euch jetzt auf. Was wollen wir noch machen? Also Muskeltraining ist auf jeden Fall ganz gut und dieses Gesichts-Yoga ist auch ganz gut und das konventionelle, ich sag mal, dieses meditative Yoga, das kann unter Umständen auch zu viele negative Energien ziehen. Ups. Jetzt ist mir was runtergefallen. Okay, jetzt können wir auch nochmal, ich würde sagen, wir können ja jetzt einfach nochmal, ähm, sagen wir Brust-OP. Jetzt einfach mal so, weil einfach viele Frauen oder einige Frauen sich das echt überlegen. Und da ich ja für euch da bin und nicht irgendwie sonst wie jemanden bedienen will oder so, geht es mir einfach darum, dass wir das jetzt einfach mal jetzt, wir machen jetzt halt so ein Beauty-Orakel. Morgen gibt es wieder wahrscheinlich irgendeinen Partner-Orakel und dann gibt es wieder ein Multi-Orakel. Und ich mache einfach die Orakel, die mir so in den Sinn kommen, ja. Und wo ich denke, dass die euch auch vielleicht interessieren könnten, das musste ich natürlich auch nicht interessieren. So, und jetzt machen wir, es gibt nämlich auch so Brust-Massagen, dass du deine Brüste massierst und die werden davon irgendwie besser durchblutet oder, weißt du, Geier. Und angeblich größer, ja. Okay, einmal gibt es sowas. Wir machen einmal hier so eine Massage, auch wenn das für manche Leute total bescheuert klingt. Aber ich weiß auch nicht, ich finde sowas irgendwie Interessantes mal so anzuschauen. Also wir machen jetzt so Massagetechnik. Vier Karten. Ne, wir machen wieder mehr Karten, weil ich will eine langfristigere Tendenz haben. Und noch wirklich konventionelle Brust-OP. So, los geht's. Massieren. Naja, also so richtig gut ist das Ergebnis nicht, ja. Also ich glaube, man muss das schon wirklich länger als ein Jahr machen hier. Damit überhaupt irgendwie mehr als Arbeit ist es eigentlich dann auch nicht wirklich, was dabei rumkommt. Ja. Naja, die ganze Sache ist gesund, weil ich glaube, es löst nämlich viele Blockaden, kann Blockaden lösen im Herzchakra energetisch, ja. Weil man sich nämlich auf diese Gegend konzentriert und sich halt einfach auf dieses Zentrum, beziehungsweise ja, auf das Herzzentrum, das Herzchakra konzentriert und so energetisch extrem viel für sich tut. Auch wenn nichts größer wird tatsächlich fürs Auge, ist es doch so, dass du in eine Heilung und in eine Balance kommst dadurch. Also, man kann sowas auch den Partner machen lassen, ne. Das stärkt sicherlich auch die Partnerschaft. Was ist denn mit der OP jetzt hier? Ja. Nun ja, die Chancen vergrößern sich dann schon beim anderen Geschlecht. Das kann man nicht von der Hand weisen. Kann man nicht von der Hand weisen. Aber ich möchte ja eine langfristige Entwicklung haben für euch hier. So, und das ist jetzt das absolute Scheißblöde, weil es ist einfach leider geil. Also, das heißt, die Entwicklung ist super, Leidenschaft, Sexualität liegt mir hier, ein Gefühl von Macht irgendwo, ja, hier Königin der Münzen jetzt zusammen mit der Herrscherin, meine Güte, ein Gefühl befreit irgendwie zu sein oder so. Aber wir haben jetzt hier irgendwie leider schon wieder auch die Fünf der Schwerter. Das heißt, Natur ist halt irgendwo dann doch besser, weil es hat einfach andere Komplikationen, andere Probleme, die man halt mitkauft, ja. Ich will Klärungskarten auf diese Fünf der, siehst du? Kann gut sein, dass man nach ein paar Jahren sagt, ich will die Dinger wieder raushaben. Erwartungen werden nicht erfüllt, ja. Und dann gibt es dann wieder Zusammenarbeit mit irgendwelchen Chirurgen, die dir entweder die Dinger wieder rückgängig machen hier, ja. Oder du nimmst halt irgendwelche Sachen in Kauf und vielleicht hat man auch echt das Gefühl, dass einfach ein Fremdkörper in einem drin ist, ja. Nun, ich meine, leider muss man sagen, dass natürlich hier jetzt irgendwie die Karten schon deutlich besser liegen als jetzt da. Das hören wir nicht gerne, aber leider ist es leider so. Was aber auch sein kann, meine Lieben, also es müssen nicht unbedingt die krassen Komplikationen sein, ja. Weil eigentlich, also mir liegen jetzt hier nicht so, okay, neun der Schwerter bei einigen kommt es so vor. Das ist natürlich ganz klar, das ist ein allgemeines Orakel auch, ja. Aber das ist einfach so, dass man natürlich auch viele Leute so anzieht, die einen halt auch nur mögen, weil man so aussieht, wie man aussieht. Und dann halt nicht so tief gucken irgendwie auf den echten Charakter oder so. Oder die halt einfach irgendwas vorlügen und dann einfach irgendwie vielleicht wirklich nur ganz oberflächlicher Natur halt mit einem zusammen sind. Ja, natürlich, solche Ratten zieht man so durch sowas natürlich auch schon wieder an, ja. Das ist natürlich auch so. Ich meine, ansonsten, die Tendenzen sind toll, aber wenn jemand halt einfach nur über dich drüber rutschen will, weil du halt einfach plötzlich anders aussiehst, das ist natürlich auch wieder so eine Sache, will man das, ja. Ja. Also da ist es hier tatsächlich am Ende mehr Gleichgewicht und Heilung zu erwarten als da. Ja. Okay, was ist denn, wenn wir, was ist denn, wenn wir anstelle von Anti-Aging einfach, ähm, ja, uns in die Klapse einweisen oder vielleicht eine Therapie machen, okay? Also das ist natürlich auch auf jeden Fall ein Orakel mit sehr viel Humor. So musst du das auch sehen, ja. Ja, natürlich, wir sind auf dieser Erde und, äh, es ist ja wohl mal keine Lüge, wenn man sagt, dass es einen hier irgendwie beschäftigen könnte. Ja, konventionelle Psychotherapie, nun ja. Hier liegt es mir auf jeden Fall so, dass der, derjenige, der am meisten davon profitiert, eigentlich der Therapeut selber ist mit der Münze in der Hand. Ist halt das Ergebnis, was mir hier liegt, meine Lieben. Vielen herzlichen Dank. Ähm, wobei, da muss ich ganz gerne noch wissen, wie ist denn das, wenn man halt wirklich auch noch seine Hellsichtigkeit schult und ganz, äh, und einfach lernt, die Ratten von den richtig coolen Männern oder tollen Leuten mal zu unterscheiden. Nun ja, da sagen mir die Karten, es ist vielleicht fast gar nicht möglich, dies zu tun. Herzlichen Dank fürs Liken, Teilen und fürs Abonnieren und fürs Anschauen. Bitte mit einem Augenzwinkern das Ganze betrachten, ja. Ich hatte gerade den Impuls, ich muss es halt wissen. Auch ich stecke in dem Boot, genauso wie du. Und, ähm, ich grüße dich ganz herzlich und, ähm, ja, schau mal ruhig auf meinen Kanal rein, wenn du magst, ähm, und das würde mich sehr freuen. Hier, wir haben noch von Pierre Frank übrigens noch Law of Attraction Cards. Guck mal, schau mal, was, äh, so eine Law of Attraction Card unten noch so sagt hier. Ich kann es nicht lesen, warte mal. Was ich glaube verwirklicht, was ich glaube verwirklicht sich. Was ich nicht glaube, kann in meinem Leben nicht stattfinden. Guck doch mal. Also, man kann auch einiges wegmeditieren oder auch hinzumeditieren. Und wir können auch wirklich, wenn wir uns gut erden und die Energie von der Erde hochholen, ähm, und, äh, vielleicht aus dem Kronenchakra noch dazu tun, in unser Energiefeld, dann können wir auch sehr viel manifestieren, meine Lieben, ja. Wir müssen uns halt nur trauen und an uns glauben. Und das ist das, was mir hier diese Karte abschließend halt noch sagt. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.